Ich gebe bloß Allgäuer Latschenkiefer. Allgäuer Büblebier, bayerisch hell. Ich werde nattisch. Augustiner Bräu. Nein. Lagerbier hell. Gegründet 1328, mein Freund. Älteste Brauerei Münchens. Welche da nochmal? Welche? Ja, helles. Ah ja. Die Map mag ich auch. Ja, da lief es vorher richtig gut. Die haben wir heute noch gar nicht gespielt. Doch, ich habe da vorher eine Runde gespielt, bevor du wieder da warst. Da habe ich doch 30 zu 11 gewonnen. Keine Ahnung, habe ich dazu gesagt? Nein. Ne, aber ich habe es noch ganz groß vertellt. Keine Ahnung. So, hast du mir dazu. Auf geht's, Boden. Ich gehe gleich zu B. Wer werden mir helfen, helfen mag. Nö, kannst du auch das lassen. Ich bin unterwegs. Weiß nicht mehr, wo B ist. Fängt schon an. Super, Granate. Ich bin tot. Da wird schon alles geballert. Geht vielleicht auch mal. Ja, natürlich wird bei B geballert, weil da die Action ist. Ah, fuck. Und da komme ich nicht raus. Oh, shit, boy. Oh Gott, diese Gay Claymores. Das ist so unglaublich. Ja. Dass es die einfach immer noch gibt. Wir müssen vielleicht rechts rumgehen bei B. Genauso wie der grüne Punkt da vorne das macht. Ja, dann. Auf, auf. Ich habe dich gericht. Aber bekomme ich auch Schaden, wenn ich angeschossen bin. Oh mein Gott. Wenn du was? Bekomme ich auch Schaden, wenn wir angeschossen sind. Also, wenn ich jetzt dich zum Beispiel anziehe, ist das Schaden oder nur so? Ich, na natürlich, ich sterbe immer. Okay, ich wurde gerade von T-Mate angeschossen, aber keinen Schaden bekommen. C wird abingenommen von den Gegnern. Hey, sind wir echt so schlecht? Ich bin erst mit zwei zu. Ich bin zwei irgendwas. Wir haben keinen Punkt. 1737 ist Ergebnis. Ach, komm. Ach, Leute, ernsthaft? Wir schaffen es nicht mal, einen Punkt einzusammeln? Leute. Charlie wird gesichert. Liebe Leute, wo seid ihr denn nur? Jetzt lädt der Spaß nach. Mit Spaß meine ich mich. Mein Quatsch, kann ich schon sagen. Nein, das gibt es nicht. Ist ja echt krass, wie schlecht wir gerade sind, oder? Ja, wir sind sehr schlecht. Ich hab bei Alpha fertig. Bin tot bei Alpha. What the fuck? Oh Gott. Ja, das mache ich noch hier. Oh, weg, geh. Scheiße. Ich hab... Ey. War ich ernsthaft eine Millisekunde zu langsam? Alpha wird gesichert. Wir müssen irgendwie B holen. Das gibt's ja nicht. Fuck. Hm. Ich hab A wieder geholt. Ach so B. Bei A ist da wieder was los. Oh, die campen bei B nur. Was ist denn das für ein Scheiß? Nein, wir sind wieder bei C. Nein, wir sind wieder bei C. Toll. Ja, C sind eigentlich auch erstmal nicht so wichtig. B wäre wichtig. Habe ich ernsthaft keine Munni mehr? Dann kann ich nochmal schnell Hilmes Fortkommando bei B spielen. Okay. Ne, leck mich doch. Ich werde gleich sterben. Alter, ich bin so aus vom Tod. Steht ein fucking Cheap mit goldener Seitenlackierung. Okay. B wieder. Oh, am unten link ging die Scheiß genau da hin. Ich hätt meinen Molotow schmeißen müssen. B ist fast eingenommen. Fuck. Komm, das letzte Stückchen B eingehen. Jetzt wird uns A wieder geklaut. Und C. Ach stimmt, ich dachte du hast es schon länger gemacht. Das gibt es ja nicht. B fehlt noch ein kleines Stückchen. B haben sie wieder komplett zurückgeholt. Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, ich habe B. Jawohl. Da kommt einer. Vor links, kommt vor links. Fack. Zwei kommt da, fack. Zwei kommt da, fack. Ich soll ihn in Ecke bringen. Oh, wir verlieren sie. 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 Wenigstens sind es triple kill. Oh, hallo. Wir haben Charlie verloren. Schon wieder. Ja, das sind meine. Kannst du haben. Schenk ich dir. 3,50 Euro. Alter, ich bin tot. Ja, wo liegen die? Weiß ich nicht. Ich habe sie irgendwo hingeworfen. Liegen auf dem Dach oben oder nicht. Ja. 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 Nö. 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 Was? Der mit seinen scheiß Ganaten. Was? Fick. Yes. Du Noob. Du kleiner Spacko. Alter, ich bin sowas von tot. Geweider. Geweider. Wo sie überall rumgimpen. Ich bin unterwegs zu B. B ist wichtig, ja. Ach, Geweider. Ha? Ich bin Erster. Erster. Wie kann das sein? Ich fühle mich so schlecht. Schlecht sind Tode. Äh, kills. Ja. Und ich bin schlecht wie die Hülle. Wahrscheinlich. Jetzt haben wir wieder nur noch zwei Punkte. Die Runde, die haben wir glaube ich verloren. Was war das denn entdeckt? Ich habe keine Ahnung. Achso. Drohne. Der macht Fotos oder was auch immer. Ja, die Geräusche sind gehölt. Scheint Ende gleich. Der ist ein Check-1 3.0. Persönliches Radar ohne Treibstoff. Unterdeck. Wo. Granate. Aaaaaaah. Alter ich bin sowas von tot. Ich hasse mich so sehr. Oh, Geweider. B. Ja, ich bin unterwegs. Ach shit. da ist noch eine bei b links ich hab nicht links geguckt hinter uns bei ist nicht so wichtig b ist wichtig und das ist wesentlich schwieriger so lange uns bei b und a gehören könnten wir uns vielleicht mal irgendwie hinbekommen bei a kommt einer hin ok a ist tot äh der typ bei a ist tot ich werde angeballert hinter bei a hinter so ein container oder was anderes b b b ok hab ein sehr gut trotzdem bei b verstärkung wäre nicht schlechter ist gar nicht aufgabe natürlich ja nicht rumholen ok dein beschützer kommt schon ich werde dich mit meinen lehnen beschützen dein ernst dein scheiß ernst ok sie ohne uns b das ist jetzt nicht gut das ist sehr schlecht scheiße dringend zu werter du stirbst das ist so schnell das ist immer normal ja 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 komm direkt hier oh mein gott ok da kommt einer ja nice ok einer noch drei kommen nochmal von rechts 12 punkte hinten ok ok wir müssen Charlie ein 12 12 ok ich geh zuhaar und ich bin sowas von tot fuck it wir brauchen sofort wieder einen punkt b wird glaube ich angegriffen oh man das wird nichts mehr Leute das wird nichts mehr Leute nimmst du jetzt auch vor mir her du Arschgranaten ok wir müssen dringend wieder zbauer die Anneliese das brauchen und C halten hab dich gerecht danke holen alter das wird werden verdammt knapp k ich glaube ich habe Berthe wir gleich wieder angegriffen fuck jemand muss bei B ich bin bei A äh bei C aktuell drei punkte hinten ok Berthe ist jetzt werden wir nicht angegriffen oh fuck landung C hab ich im Kontrolle ja ich bin fast fort bei B Alter, das wird verdammt knapp. Ja, wir dürfen jetzt keinen Punkt verliehen oder eigentlich noch einen hinzufügen. Wir sind vorne, jetzt nicht einfach so halten. 4 Punkte noch. 2 Punkte noch. Yes, das war mal ein Teamwork. Genau so mag ich das. Das war eine gute Runde. 4 Punkte. Wer war denn das? Du, homo, nice. Wolltest du da durch her? Ja, es war nicht schlecht. Das waren deine 8 kills wahrscheinlich. Ja, aber 22 Tote ist ein bisschen heftig. Stimmt auch. Ja. 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 Ja.